Hallo, ich bin Jonathan E. Guzman, Eintracht Frankfurt-Spieler. Folle mich zum ersten Job der Fan. Hallo, mein Name ist Markus Brinkmann. Ich bin Beamter der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main. Ich bin zuständig für die Feuerrettungsmache 40 und Einsatzleiter bei der Berufsfeuerwehr. Alles gut, Juni? Ja, alles gut. So, vielleicht gehen wir nicht. Woo-wee! Das ist die Realität, das Leben schafft. Ja, ich persönlich kann jungen Menschen empfehlen, sich für diesen traumhaften Beruf zu entscheiden. Die Jobs sind unter anderem auch auf der Seite von Indeed alle ausgeschrieben und man kann sich darüber informieren. Hallo. Hi, es war eine gute Erfahrung. Ich habe viel Respekt für die Feuerwehr. Heute ist es schwer.